Ich bin jetzt gleich in der Stadt davor. Du läufst auf der Straße, ne? An der Straße lang. Siehst du mich? Nö, noch nicht. Ich seh jetzt aber das Airfield von hier. Ich seh jemand laufen. Ach, da bist du. Sehst du das? Ja, natürlich. Oh, ich bin gestolpert, Digga. Das ging schnell jetzt. Ach, Schwarzer. Was hast du denn dabei? Ich hab AKM, M1911 Moni und SR58 Moni. Das ist ja schön für dich. Komm, wer schneller ist? Ich. Ey, guck mal. Ich bin der Schwarze aus Ghana. Guck mal. Ich lauf aber schon ein bisschen länger als du. Juhu. Juhu. Hast du einen Speedhack an, Alter? Ja. Warum machst du eigentlich Fußspuren? Oder wir? Schwitzen wir so elendig, dass der Schweiß schon durch die Füße, durch die Schur platscht? Das ist geil, ja. Seh ich auch mal jetzt. Digga, so ne Leute sind so behindert. Die müsstest du den ganzen Tag nur schlagen. Sollen wir aufs Airfield nochmal rauf? Ach, wenn da nix ist, was sollen wir denn da? Na dann nach Czerno rein oder was? Ja. Ab nach Czerno mehr nur. Ab in den Shop und so. Bisschen Party machen. Sollen wir einfach durch die City durchrennen oder was? Bringt doch nix. Aber Pult haben wir jetzt gerade. Ich bin unglaublich. Oh, 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 oh. Ey, du da. Du da. Ja. Black man. Guck mal rechts, da ist ein Haus. Aber da würde ich nicht reingehen, weil du kommst da echt nicht mehr raus, Digga, wenn du keine Axt oder sowas hast. Bist du eigentlich? Ach da. Ich geh jetzt trotzdem mal rein Mach mal, ich pull die Zombies, hier Kommst du, Papi Ja, beide weggepult Ist doch hier im Kreis Komm, du Schokoprinz Weiter Ich seh gar nichts, ne Weil die Sonne einfach nur hässlich auf meinem Bildschirm strahlt, Alter Also nicht auf meinem Bildschirm, aber in die Bude rein Ich hoffe, wo das überhaupt scheint Ich hoffe, die Sonne geht gleich aus Statt, dass dafür kein Schalter gibt oder so Oh, mich verfolgt, Zombie, wo bist du? Direkt hinter dir Guck mal, hier kriecht einer Hallo Komm auch mal auf die Straße wieder Oh Ich muss ein Ei legen Bin an dem Kriecher gerade vorbei Jetzt steht er auf, die Mistsa Ah, wollte ich hauen So, lass die mal rechts im Waldstück loswerden Ne, ich will ja da auf diese Die Zelte und oben auf die Anhöhen drauf, da sind meistens Waffen Auf welche Zelte? Links? Ja, da rechts, geradeaus Da sind doch die Zelte immer Ja, ich will erstmal die Zombies loswerden Wirst du ja einfach über diese Mauern hüpfen Bestimmt, da kommt hier gleich einer mit einer Endfield und jagt uns erstmal ein paar Kugeln rein Ich würde so lachen Ja, Zombie ist weg Ach da, ja, die sind geil, die Zelte Da ist ja nichts drinne Nur auf diesen Ne, bei den Zelten Ne, Digga Nur auf diesen Anhöhen ist was drinne Ich hab bei den Zelten schon was gefunden damals Glaub mir Damals, nicht mehr heute Glaub mir Na dann, ich geh rechts, du gehst links auf die Anhöher Du meinst diese, diesen Hochstand Da steht einer drauf Ja, aber es ist ein Zombie Achso Ja, da ist noch einer Ganz toll, da kann man ja nicht mal looten gehen Und diese Kackwichser da drauf stehen Ja, dann lass mal in die Zelte rein Da ist nix Willst trotzdem versuchen Hör auf deinen schwarzen Bruder Wo geht's denn hier rein? Geh da rein, Digga, ist mir egal Boing Guck mal, da ist er runtergefallen Ah, sieh ey, kann ich mal ne Treppe benutzen Aber hier sind mir schon wieder zu viele Zombies, ey Geh da rein Wo geht's denn hier rein? Ah ja, hier Geht's hier auf? Gerade ging's doch auf, oder? Kommst du mit? Was geht denn bei dem Zombie, Digga? Was hast du denn für ein Problem? So, bin drin Oh, schön, er pohlt die alle YouTube Kann ich wenigstens Ja, ganz toll Ja, super Ja, du willst irgendwo rauf und die Zombies sehen dich die ganze Zeit Und dann hauen sie dich Und dann hast du natürlich keine Bandage außer eine Boah, das ist immer nervig am Anfang Bei den Erste-Hilfe-Zelten früher war echt viel Loot Äh, sag ich doch, da ist gar nichts Weißt du, wo wir hin könnten? Denn Cerno ist doch dieser Military Spot In der Stadt, mitten in der Stadt Ja, komm Ich bin dann wieder auf dem Weg raus Wo bist du denn? Ich bin hier vorne Da schießen, weil ich am Airfield Ja, höre ich Ich guck da mal Ich geh mal da hin Wo siehst du mich? Laufen? Nee Auf der Straße zum Airfield hin Ja, jetzt sehe ich dich Ist halt alles unscharf Irgendwie ist es ungewohnt Ja, ist nur ungewohnt, glaub mir Wir haben irgendwo noch Agro am Arsch Wo bist du? Ah ja, da Ich guck gerade mal auf da Ah, wir haben immer noch eingepolt Du, nicht ich Mich ignoriert er Das Problem ist, wir brauchen aber trinken und essen Weil wir können hier gar nichts machen Ja, ich hab auch schon richtig Durst Da vorne läuft er Der Spieler Wo? Da vorne Da rennen auch zwei Zombies am Airfield Siehst du was? Der durchsucht die Baracken Da ist nichts Doch, Mann Die Zombies sind hinter die Baracken gerannt Da ist immer noch mit deinem Kollegen Lass mal zum Airfield hin kommen Du weißt schon, dass er uns erschießen wird Das ist mir doch egal Vielleicht ist er ja auch so blöd Und lässt sich schon Zombies töten Welcher Barke ist er? An der zweiten oder an der zweiten? In der letzten Hinten links Also in der ersten Ey, der Typ hier bei Balota Nicht schießen Wir sind zu zweit Wir haben kein Equipment Hallo Hallo Hallo, hallo, hallo Nicht schießen Wir haben nichts Unbewaffnet Der hier bei Balota Er fehlt Hallo Nicht schießen Bitte Hallo Nicht schießen Bitte Wir sind bei Balota Er fehlt Wir sind friendly Und wir haben keine Waffen Keine Equipment Neu gespawnt Wo ist der denn Der Typ? In der ersten Barke Ist er nicht In der zweiten Barke Guck mal Hier oben Ist der M16 A2 Wo? Hier oben Ich hab sie aufgehoben Wo ist denn oben? Oben in diesem Airfield House Bis da ist Da ist jetzt was drin Ja, ja Da war ich gerade drin Da war nichts Ah, der Zombie ist genau am Eingang Kommst du rein? Ja, jetzt Jetzt komm ich hoch Okay, ich lieg hier unten Wo? Unter der Treppe? Hm, nee, nee Auf der Treppe Ganz oben drauf Wo das Glasdach ist Ja, ich komm hoch Leg dich mal bitte hin Leg dich mal bitte hin Was brauchten die für Munis? Das Standard hab ich schon Hier wurde mich jemand erschossen Ja? Hm, hörst du doch Die fliegen Ja, die waren vorhin schon da Achso, okay Fangen wir wieder runter? Oh, da kommt ein Zombie hoch Die Treppe Problem ist Ich gelte jetzt als gefährlich Bei den Leuten Weil ich ne Waffe habe Ja, dann komm Lass uns mal raus hier Lass uns mal hinten raus Ja, warte mal Der Zombie Da Einfach nur mal hinten weg Bist du längs? Ja, einfach durch den Zaun rechts Und dann hinterm Airfield Wo ist denn da ein Ausgang? Ah, da Rechts auf der Seite Wo der Zaun kaputt ist Wo der Player ist, frage ich mich War ich ja den gleichen Ausgang genommen wie wir Wo bist du? Das bist du, ne? Ja Das ist aus wie so ein Zombie Ne, ist mir nicht Naja, der M16 bringt aber nicht viel Wenn man nichts zu essen hat Ne So wie so Warte mal kurz Warte mal kurz Ich höre die ganze Zeit nur von ihm Das Tee-Klingel-Geräusch Die Aussie sagen ja auch Alde 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 Und keiner sagt, das stört ihn Ich bin so wie ich bin Youtube Wenn ihr mich nicht so mögt Wisst ihr ja Die abonnieren Genau, die abonniert ihn einfach Abonniert mich Ist auch gut Ja Ja, durch Ne Zu lächerlich Dass man da nicht durchkommt Ja, das hab ich mich auch gerade Hab ich mich auch gerade gewinnen Ihr der normale Mensch Könnt ihr da durchkommen Hier rechts Oder auch nicht Doch Hier in dieses Haus kommt man nicht nach mir Ah, hier vorne liegt wieder irgendwas Echt, hier war ich wohin, da waren nichts Ja, Nails Nägel Nimm mal mit Keine Ahnung, wofür man die Scheiße braucht Ich glaube nicht, kannst du bestimmt noch was mit Craften aus eingepackt War hier noch was? Ne Leer Kann man die mitnehmen? Hast du eingepackt? Ja, ja Immer noch Komm Wo lang denn? Weiter geradeaus Um durch den Wald Kann man hier raus irgendwo? Die Waffe wird sowieso nicht viel bringen Wo die hast du denn? Zwei Magazine, aber trotzdem Ja, ach ja, mein ich Gerade irgendwas gehört rechts Ein Auto Ich höre nix, Bro Warte mal Oh ja, da fährt ein Auto Da fährt ein Auto Komm mit Die fährt bestimmt zum Airfield Ja, da fährt es Da fährt es Siehst du es? Hey, Auto Stehen bleiben Wartet mal Hey Hey Wir sind friendly Warte mal Und die fährt von vorhin Als wenn ich friendly wäre Ich will doch nur das Auto Wir müssen die Zombies mal loswerden Und den Wagen im Auge behalten Ja, den Wagen sehe ich Kein Problem Wo ist der? Links Ich kann ihn nicht mehr sehen Ja, der ist da vorne halt noch Wo bist du eigentlich? In dieses Airfield da rein hier In dieses Gebäude Wo bist du denn? Weiter vorgerannt Ich habe ja keine Waffe Wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm Ja, behalt mal den Dings im Auge Ich bin mit der Waffe Ich will halt nur die Zombies erstmal loswerden Ich sehe den Wagen halt nicht mehr Aber der Motor